Ah, ekeliges Vieh, ah, gut versteckt und doch gefunden, wir speichern, da geht's nicht rein, wie schön, so sahen die damals aus, ah, ne, sind die, doch, ja, doch, das ist das Model von damals, wie cool ist das denn, okay, dich hol mir da oben mal runter, bevor du uns Schmerzen breitest, jetzt, wo wir so schön aufgeladen sind, so, dich auch, dich auch, und ich bin mir nicht versichert, ob man da jetzt mit runter musste, ja, 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 so, jetzt will ich nur eins gerne wissen, ah, verdammt, Komm, geh aus, du blödes Ding Dann haben wir ein bisschen Zeit Und tschüss Nach oben Laden Ach ja, der Ladewildschirm, meine lieben Freunde Ich weiß nicht, ob ihr uns hört Weil Fraps sagt, dass er nicht aufnimmt Aber, naja So, das sind wir hier Und bevor es weitergeht, meine lieben Freunde Muss ich schnell mal pinkeln Bis gleich, nur zwei Sekunden So, das sind wir wieder Oh, da ist wieder was komisches geflogen Oh, ich glaube, ich sollte mal lieber speichern Oh oh, alles tot hier Liegt nichts rum, oder? Düsen-Chats von den Feinden Interessante Verfolgungsjagd hier Kann man da irgendwas betrachten, wie einer runtergeholt wird? So, wir laufen weiter Okay, da kommen unsere Feinde Oh mein Gott Yes, Sir! Wieso können wir den von da aus nicht erwischen? Nix da, mein Freund Boah, ist das laut Wir sehen meinen Faden heute nicht Aber wir haben ihn Aua Oh mein Gott Das ist ein fetter Panzer, Mann Wow Und der kann auch die Sachen hier nicht stören Der geht gar nicht kaputt, der kleine Sack hier Das juckt den nicht gerade Leckt mich Okay, wir haben Oh mein Gott So, wir speichern So, warum Ist das so ätzend laut hier? Ja Das haben sie völlig Zerstört, das Ding Aber völlig Da ist nichts drin Da Hier seht ihr, was die kleinen Mistinger machen Die fressen Sie springen einen an Und beißen So, genau Nach einer Zeit machen die einfach Puff Und sind dann weg Ach, da geht's weiter Ah Boom Hängt an der Tür fest Gefällt mir nicht hier Oh Fackeln Yay Wie am Anfang Verbrennen wir alles So, alles kaputt machen Sonst ist hier aber nichts Speichern Ich bin ein Mann des Speicherer Oh, auf welche Seite muss ich achten? Hinten oder vorne? Die Seite Drei Vier Kaputt Na, danke Oh man, warum Drück ich denn immer die falsche Taste? Scheiße Ich will hier irgendwo was noch aufladen Unser Auf der Anzug spricht mit uns Das sagt, dass ich ein Idiot bin, dass ich die falsche Taste drücke Und damit hat er auch völlig recht Toll, bringt's mal überhaupt nicht Oder? Moment Ist da vielleicht hier irgend so ein Oh man, diese blöden Leitern Ne, da ist nichts Hier vielleicht? Nein, 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 nein Ach, da Fifteen percent Hier wird uns die Luft sprengen Der kranke Sack hier Knister, knister, knister Hochradioaktiv hier Wir sehen gar keine Büros mehr Weil diese ganzen Mega-Maschinen hier bedient Oh mein Gott Wir lassen sie hier mal kämpfen Aber nicht zu mir kommen Stirb Stirb Ei, ei, ei Muss hier mal kurz eins leiser machen So Aua So, Panzer ist schon mal hin Hallo Das fühlt sich so verdächtig ruhig hier Hallo Geht nicht mehr Okay, okay, okay Gut Kein, der war da Dann machen wir die Dinger kaputt Hier könnte immer irgendwas drin sein Wie gerade irgendeine Rakete So Oder ein Heeldingens So Hier in der Werkstatt ist nichts Da oben vielleicht Ein sehr schönes Büro ist das Da oben haben wir auch nichts zu suchen Ne, da oben ist Wir gucken nur mal hoch So Nach links Nach rechts Links, rechts, vorne, hinten Hi, hallo Hallo Ja, ist auch sehr geil gemacht Wie der Bildschirm wackelt Wenn man nach links und rechts läuft Das war doch nicht etwa ich Der durch das Laser-Ding da gefahren ist Alter, Alter Wie viel sind denn da Jetzt sehe ich keinen mehr Hallo Jetzt sind sie plötzlich alle kaputt Jetzt bitzelt der noch mal vor sich hin Couchen Couchen Oh, das gefällt mir gar nicht Oh, das gefällt mir gar nicht Ladebildschirm bestimmt gleich Wart mal ab Meine lieben Freunde So stark Soll ja auch für mich ein bisschen bequem sein. Nicht nur für euch. Lambada-Komplex! Oh, so, das haben wir doch schon mal erlebt hier. Ganz am Anfang mit so einer Rampe. Oh, Flammelbe! Ich mag brennbare Sachen. Wow, unten war wieder ein Labor. So, das Ding ist an. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Was haben wir denn da hinten? Einen Knopf. Einen Knopf, der nicht so drücken ist. Ah ja! Vielleicht sollten wir uns da drinnen verstecken, solange wir hier runter gehen. Mal gucken, wo gehen wir denn da runter? Weit runter! Wir verstecken uns hier. Ich glaube, von oben kommt nichts. Ich glaube, wie gesagt. Aber schon wieder so tolle Musik hier. Hallo! Okay, ein paar Headys. Und da hinten ist so ein dickes Mistvieh. Aber sonst ist hier nichts. Hallo! Da ist auch nichts. In den Kisten vielleicht. Ich liebe Kisten. Fert rüber an. Alles kaputt machen! Und nichts drinne. Ich will die Kisten hier rumspringen, wie als wäre sie aus Gummi. Oh, da ist ja noch einer. Hab ich dich in die Luft gesprengt? 20%. Wir gucken uns nochmal ein bisschen um. Da geht es diesmal nicht. Da geht es diesmal nicht.